Nur noch fünf Minuten. Ja, doch gleich. Oder auch schon wieder verloren. Alles O-Töne der Jury, die bei diesem ausgiebigen Testen von Obscur schnell in den Bann dieses ungewöhnlichen Spiels gezogen wurde. Aus der Vogelperspektive heraus wird ein schwach leuchtender Punkt durch ein finsteres Labyrinth gesteuert. Ziel ist es, verborgene Punkte zu entdecken, die ihre Positionen einzig durch einen lauter werdenden Klang verraten. Gleichzeitig versuchen drei Licht- und Soundgegner, dies verbissen zu verhindern. Obscur ist einfach zu spielen, aber schwer zu meistern. In einer Atmosphäre, die den Spielenden unmittelbar einhüllt und packt, erzeugt das Spiel ein besonders immersives Spielerlebnis. Wer hier gewinnen will, muss seine Sinne schärfen und besonders gut zuhören. Die Jury hat es getan und freut sich, Lenya Kaufmann, Sharia Sharabi und Joens Tyroller mit dem dritten Platz in der Altersgruppe 21 bis 25 Jahre auszeichnen zu können.